Mein Name ist Stefan Klotz. Ich komme aus Steinheim an der Moor, das ist hier ganz in der Nähe und ich mache bei DÖR ein duales Studium im Bereich allgemeine Mechatronik. Kurz beschrieben bedeutet Mechatronik die Verbindung aus Mechanik, Informatik und Elektrotechnik. Ein duales Studium bedeutet, dass man einerseits im Betrieb lernt und andererseits an der Hochschule. Aktuell bin ich noch in der Ausbildungsabteilung tätig. Das Besondere an der DÖR Ausbildungsabteilung ist, dass man eine eigene Werkstatt hat, ein eigenes Elektrolabor und dass man in der Werkstatt zum Beispiel gezeigt bekommt, wie man selber aus einer Alustange einen Nussknacker drehen kann und im Elektrolabor werden dann zum Beispiel Schaltschränke zusammengebaut und dann kann man sich das Wissen aneignen. Spaß macht das auf jeden Fall im Betrieb. Das Miteinander mit den Kollegen ist sehr gut, finde ich. Man lernt sich gut kennen eben auch durch das Einführungsseminar. Das ist eine Woche, geht man in eine Hotelanlage. Das hat sehr geholfen, um hier Fuß zu fassen. DÖR in drei Worten ist für mich, dass man gut miteinander vorankommt. Auch wenn das vielleicht nicht viel Wörter sind.